wo ich kann jetzt mal ein video machen erst mal ein video neues gaming video und zwar von einfach nochmal das hier das ist eigentlich ziemlich populär gerade noch mein gameplay video starten jetzt habe ich doch gelernt wenn ich wenigstens besser vorbereitet prüfungsdatum aber immerhin mein kanal wächst ziemlich hart ziemlich nice so dann kann ich auch das neue video anfangen oder ihr video fortsetzen weiter ich nenne das auf jeden fall spandau kann spandau verliert verliert das spiel gewinn spiel gewinnt gewinne nice wir brauchen auf jeden fall noch sand nails aber warte mal partie ich kann mir was sie abholen 5000 euro für ein spiel kann ich gleich machen party jetzt haben auf partys muss noch gehen wir fangen direkt mit einem ziemlich ernsten begrüßung an weil ganz ehrlich wir haben die spandauer zerstört und da muss man auch nicht lustig sein man bleibt da und lustig und professionell worauf halt wenn man darauf keine antwort weiß dann sagt man etwas sinnloses weißt du wenn da was übrig bleibt dann kann man auch fröhlich sein dass man ein gewinn spiegel veranstaltet jetzt machen wir weiter wir haben dass wir diesen ränder punkten ist irgendwie komisch wir haben jetzt ganz viele videos macht lieber so 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 ja nice rekorb bei der video qualität alter bitte warum denn nicht so sound ist auch ziemlich nice geworden und wir haben zwei karten und zwei mal Haben wir jetzt die Prüfung verpasst? Warte, also gehen wir da rein. Deine Not im Test. Zwei. Ich bin schlau. Ne zwei, Leute. Ne zwei. Die Mutter muss mir doch eine Belohnung jetzt geben. Eine Umarmung. Ich möchte Geld. Das ist ein ganz toll, Alter. Hat es richtig gelohnt. Da kann ich auf jeden Fall der nächste Prüfungsbeginn ist erst Green Paradise. 25 Euro kaufe ich einfach mal. Wir haben den 15. Februar. Wir haben jetzt den ersten noch. Alles klar. Ihr geht jetzt erst mal schlafen. Wollte ich auch vorschlagen. Vielleicht kaufen wir uns danach mal ein neues Spiel. Neues Spiel ist doch... Kann man nur machen. Hier ein neues Game. Jemand an der Tür. Was? Kannst gerne meine... Hallo, mein Computer ist kaputt gegangen. Ich kann meine WIRS nicht bearbeiten. Ich habe auch gehört, dass daran ziemlich gut sein soll. Es ist... Alter, wenn das wirklich so wäre, in YouTube. Nur, dass man einfach Counter-Strike... Äh... Dass man einfach Spiele zugeschickt bekommt, weil man das von einem sehen will. Wäre so nice. So, hallo. Ich habe einen Takens. Hat doch so... Irgendwo zwei. Äh... Vier, fünf, hd. Ähm... Aber das braucht mehr von diesen Teilen. Aber naja. Was macht man nicht für seine Fans? Ne? Fünfzig Dollar kaufen. Ja, hier... Laka-Easy. Wir haben noch... 60. Für 60 kriege ich noch nichts mehr, oder? Haku-Mobile noch so eine Tastatur. Und dann haben wir echt alles Gute. So, jetzt kann ich auf jeden Fall was spielen. Wir reparieren. Lass uns auch noch. Öffnen. Ich muss jetzt auf jedes einzelne warten. Öffnen. Ah, der kommt direkt da hin. Sauber. Ich warte noch auf die Tastatur. Mama, ich habe mir ganz viel gekauft. Und... Das Teil ist jetzt... Uuuh, ich weg. Alter. Ähm... Warum ist das Spiel ganz rechts? Spiel wählen. Und wir nehmen uns auf jeden Fall Counter-Strike. Counter-Strike. 100% Gameplay. Ähm... Wir schreiben hier... Ähm... Was kann man denn hier alles weh? Nitro-Auflösung. Mikrofon. Kein Filter. Mono-Ausgabe haben wir mittlerweile zumindest. Und 17. Ah, okay. Vortsetzen. Jetzt machen wir hier. Ähm... Nip. Verliert. Gegen. Mich. Sneaker. Sneaker im Bild. Sneaker im Bild. Ähm... Ähm... Ah, ich kann natürlich hier nochmal schnell aufleveln. Die Messe ist jetzt auch bald. Also, wir fangen natürlich mit einem... Was ist das denn? Überdurchschnittlich. Urheber und geschützt Musik-Video. Max, Alter. Das ist ja genau das, was du machst. Aber wir machen das jetzt einfach. Wir machen das einfach. Darauf kommt ein professioneller Kommentar. Wir haben noch vier Stück. Also, ich muss aufpassen. Dann machen wir mal Risiko auf. Weil das verdoppelt sich hier alles. Ja, ja. Das passt. Und wenn das nochmal vier mit einem Singen-Kommentar stießen wir das natürlich ab. Boah, das ist ja perfekt. Wenn ich das nehme, nochmal zwei. Ja, ja. Der Sound ist auf jeden Fall gut. Ah, das wegen den Sachen, die wir gekauft haben. Und jetzt können wir natürlich die Sachen hier gut verbinden. Und zwar fangen wir mit dem Teil natürlich an. Dann kommt das hier. Darauf. Hm, schwer. Das ist nicht toll, was hier uns angeboten wird. Muss ich mal leider sagen. Dann kommen einfach die beiden. So. Dann können wir noch hier Farbe bekennen. Und ein weicher Fokus reintun. Und dann ist ja alles so richtig toll. Angebot... Warte mal. Ähm, ja, ja, machen wir mal. Wir müssen jetzt 20 Dollar bezahlen. Dann haben wir eine bessere, ähm... Mit eine bessere Leitung. Die können wir besser und dann schneller hochladen. Wir sollten mal langsam was essen gehen. Und dann können wir uns mal die Karte angucken, die wir bekommen haben. Und zwar haben wir eine tolle... Eine super tolle Sack... Einen super tollen, sarkastischen Kommentar bekommen. Nice. Nip verliert gegen mich. Nice. Ninjas in Pyjamas sind CSGO-Team. Für die Leute, die das nicht kennen. Ich kenne die auch nicht. Ich glaube, das ist ein relativ bekannte... Ein Clan, nennt man das so ein CSGO. So. Wir können natürlich jetzt auch mal ein bisschen schlafen gehen. Damit wir halt unflieg sind. Dann gehen wir mal vielleicht arbeiten für... Zeitung-Ausfragen können wir mal machen. Wir wollen natürlich den neuen PC... Das neue PC-Gehäuse kaufen. Damit wir vielleicht müssen wir irgendwas machen, damit das... Damit man das auch vielleicht schneller rendern kann. Das wäre es halt. Ach, ich muss ja noch Geld von denen bekommen. Ja, sauber, Alter. Richtig. Geld... Ketten. Kring nochmal zwei von dem. Alter, finde eine Lösung. Lösen. Strafe zahlen. Video löschen. Wir bezahlen nachher die Strafe. Das wäre jetzt nicht so toll. Leute, macht nichts Verbotenes auf YouTube. Bringt euch nichts. Echt nicht. Seht ihr doch. Werdet ihr auch richtig bestraft. Man muss da richtig anputzen. Richtige Frau. Also, was ist jetzt richtig? Richtiges stereotypisches Bild, was hier gezeichnet wird. Das wollte ich damit sagen. Ich habe politische Hunger. Ich darf jetzt in zwei Stunden was essen und trinken. Aber ich will es mehr machen, also. Nichts Gezwungenes hier. So, wir können natürlich ein neues Gaming-Video machen. Und zwar natürlich zu dem Counter-Streak. Und zwar... Ähm... Machen wir einfach so. Gewinnt ihr jede Wette. Äh... 1000 Euro in einer Stunde. Ich frage mich, ob die Titel irgendwas in dem Spiel, wie Algorithmen, irgendwas noch bewirken können. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. So, wir fangen natürlich... Mit einem Winkner-Besitzung an. Das ist ziemlich kacke gerade. Schauspielerisch... Ein Singern-Kommentar ist von mir nicht besser. Aber ich habe jetzt überlegt, wenn jetzt hier zwei mit vier kommen, war das schon eine gute Entscheidung gewesen. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch einen lustigen Kommentar dazu bringen. Inhaltlich sind wir auf jeden Fall schon gut dabei. Und... Wenn ich das jetzt nehme, wird eins von den beiden mehr. Und wenn ich das nehme, dann nicht. Ich nehme einfach mal das. Egal. Das Skript sollte mal hier heute, äh... Gut ausgeführt sein. Ich überlege gerade. Ey, das ist echt nicht toll, was die angeboten wird. Ich kann es einfach zusammen tun. So, das war bei DUM. So hat hier zumindest alles eigentlich etwas Grünes. Und wir rendern das natürlich nicht direkt. Da kommt der Weich für Furfus und die Farbe noch dazu. Und wir rennen wir los. Interesse, Inhalt ist nicht das Beste. Wir haben nichts getoppt, leider. Aber das Skript haben wir aufgelevelt, so wie Schauspielerischleißung, die Videobearbeitung, den Sound und natürlich auch die Nachbearbeitung. Nice. Hochladen, äh, willst du mich unterhalten, willst du dich mit mir unterhalten? Ah, dass die Freundin aus dem Club, äh, sollte warten, dass das Video hochladen ist. Okay. Achso, wir können uns nicht über den PC-Wohnchen halten. Alles klar, morgen ist die Gamescom oder die Videos, das heißt, dass ich schlafe in meiner Runde. Boah, das Nip für die geht echt nochmal gut ab, Alter. 3000 Abonnenten. Ist schon ziemlich nice, was wir hier leisten. Vielleicht gehe ich nochmal ein Stückchen essen. Und, äh, vielleicht produziere ich noch ein Video. Das wäre natürlich toll, bevor ich abhau, ne? Dass da noch hier ein Video produziert wird, aber wird schwer. Ich werde teilnehmen. Ne super Party gibt es hier, zwei Stück. Und das Prüfungsdatum ist auch schon, ähm, bereit. Natürlich frage ich mich gerade, gibt es hier eigentlich ne Uhr, weil, 6 Stunden, wir haben 6 Uhr wahrscheinlich, oder? Das dauert noch. Du hast ein neues Video gerade geschaltet. Ich habe angefangen, neue Zuschauer zu bekommen, hatte gleich, das bedürfne ich mich, vor die Kamera zu sitzen, meine Gedanken mit ihnen zu teilen. Manche konnte ich das bei, eigentlich, jeder Veranstaltung. Ich musste einfach nur auf meinem Charakter klicken. Hä? Neues Gaming-Video, darüber komme ich mich einfach gleich. Ähm, ne, bringt noch nichts, beenden. Ähm, wie geht das? Ich hoffe, ich habe meinen Charakter klicken. Ah, da vielleicht. Vlog freigeschaltet. Ah, neue Karten. Nice. Vlog freigeschaltet, okay. Ähm, jetzt kann ich natürlich das Video anfangen, weil jetzt hier ein Video von Counter Street. Kann ich jetzt hier Video rauswählen, oder was? Ne, Gameplay. Aber wir müssen uns ja beeilen. Und zwar machen wir hier fortsetzen einfach mal. Wir nennen das, ähm, ähm, Wallhack ohne zu betrügen. Legit, way, to, win. So, wir haben auf jeden Fall 15 Uhr schon. Ah, die Frau ist einfach so uns gekommen. Ja, tut mir leid, ich muss mir zu Gamescom wahrscheinlich. 21 habe ich. Ähm, Intro mit Logo ist natürlich ziemlich nice. Dann, äh, ja, leider habe ich nichts mehr mit dem Sound. Deswegen muss ich in dieser Stunde die fröhliche Äußerung nehmen. Ähm, ich soll mich beeilen. Ich muss nicht beeilen. Ich muss nicht beeilen. Ich muss beeilen. Und schnell das hier. So. Einfach mal, ich ziehe es jetzt einfach irgendwie rein. Weil die Zeit geht ja trotzdem. Aber vielleicht soll sich das irgendwie austauschen. Ich bin verwirrt. Egal, rendern. Ah, ich mach noch die beiden Sachen rein. Okay. Leider kein Rekord gebrochen. Hallo? Hochladen. Und zieh dich um. Nein, danke. Ich muss leider. Ja, Digga, ich hab ne zum Event gehen, muss ich leider. Wir sehen fresh aus und dann gehen wir, ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wurde ich leider vergessen und so. Jetzt gehen wir auf die Gamescom. Ich bin gespannt, wie die Gamescom jetzt aussieht. Oder wie heißt sie jetzt? Ich nenne es einfach Gamescom. Ja, so sieht die Gamescom in ungefähr auch aus. Also ich kann jetzt erstmal mit der reden. Kauf eine Super Nintendo oder kaufe ein Spiel. Ähm. Ähm. Ich muss eine Punktzahl von tausend Punkten erreichen, okay? Da gehen wir mal. Punktzahl. Ich kann nicht spielen. Ah, da. Aber man kann nicht spielen. Ich gehe mal spielen hier, ne? Dafür sind wir auch hier. So, da zockt ihr da. Er ist allein oder dürfen wir jetzt was machen? Zerstör alle aliens. Benusste die Fighters zum Zwingen und Space zum Schießen, okay? Okay. Ich kann nicht gedrückt halten zum Schießen. Ist das was Gutes? Ist das was Gutes glaubst du da? Ist das was Gutes gewesen? Ich glaub schon. Hatte ich für den Spaß gehabt, damit ich nicht mehr schießen kann? Ja, man, wir zerstören ja alles. Nice.